Musik Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, trage ich Neidi heute in meinem Tragetuch. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man ganz schnell und easy ein Tragetuch binden kann. Weil das ist ja nicht immer ganz so einfach. Ich wusste am Anfang auch nicht, wie es geht. Aber ich habe jetzt eine Wickeltechnik für mich entdeckt, die ganz einfach ist, die schnell geht. Und ja, wollte ich euch einfach mal zeigen. Und für alle, die es interessiert, mein Tragetuch ist übrigens von der Marke Fidela. Und ich bin total zufrieden damit. Es ist eins der kürzer vom Tücher. Also es gibt auch noch deutlich längere. Ich glaube, das ist die Größe oder die Länge 3 oder 4. Ich verlinke euch das einfach mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen, wenn es euch interessiert. Ich finde das Tuch auf jeden Fall super und ich finde es auch total schick. So, und jetzt zeigen Neidi und ich euch mal, wie das geht. So, das ist mein schönes Tragetuch von Fidela. Ich nehme das jetzt erstmal so, dass ich das vor meinen Oberkörper halte. Und hier in der Mitte, da, seht ihr dieses Logo. Daran orientiere ich mich. Das nehme ich als Mittelpunkt. Und dieses Logo haben die meisten Tücher an der Stelle, damit man weiß, wo die Mitte ist. Ich lege das jetzt so einmal bei meinen Oberkörper und nehme die Enden zusammen, raffe das so zusammen. Und jetzt nehme ich das hinten, meinen Rücken. So, dasselbe mache ich mit der anderen Seite auch. Ich halte das hier zwischen, also währenddessen hiermit so fest. Das ist in meiner Armbeuge. Hier raffe ich das auch. Und nehme das auch hinter meinen Rücken. Das sieht jetzt hinter meinem Rücken so aus. Die beiden Enden sind quasi überkreuzt. Und jetzt lege ich die über meine Schultern. So. Jetzt habe ich hier vorne sozusagen die Tasche, wo das Baby reinkommt. Das lockere ich jetzt mal so ein bisschen auf. Also hier legt man dein Baby hinterher rein. Jetzt nehme ich diese Seite von dem Tuch und ziehe einmal an der Innenseite und einmal an der Außenseite. Und das mache ich mit der anderen Seite auch. Einmal an der Innenseite ziehen und einmal an der Außenseite ziehen. So. Jetzt ist das so ziemlich straff. Man merkt das schon, dass das hinten am Rücken auch ein bisschen spannt. Und das ist genau richtig. Jetzt kann ich mir das hier wieder nochmal ein bisschen auflockern, so wie ich das brauche. So. Und jetzt kommt das Baby ins Spiel. Also Naila, möchtest du ihr das Tragetuch? So. Ich nehme sie jetzt so ziemlich weit unten. Hacke sie an den Beinen und tue die in das Tuch rein. So. So. Und ich ziehe das Tuch bis ziemlich weit oben bei ihr. Bis zum Lacken. Ihre Füßchen hole ich jetzt hier unten raus. Eins. Und das Zweite auch. So. Unter dem Popo nehme ich das Tuch und lege es so ein bisschen hier drunter. So. Jetzt muss ich darauf achten, dass sie in dieser Spreiz-Anhock-Haltung ist. Das heißt, dass sie so ein bisschen hockt quasi. Und jetzt ziehe ich das Tuch wieder wie gerade fest an beiden Seiten. So. Nochmal innen. So. Es ist immer wichtig, dass man innen und außen festzieht. So. Und jetzt nehme ich das Tuch. lege ich das einmal so über ihr eines Bein, am Po entlang und unter dem einen Bein durch, unter dem anderen. So. 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 Von der Höhe her ist das immer gut, wenn das die Höhe hat, so dass man sein Kind gut auf die Stirn küssen kann. Und wenn euch mein Video gefällt und ihr mit meinen Tipps was anfangen könnt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.